Wir holen alles raus aus Ihrer Maschine. Nicht nur die veralteten elektronischen Bauteile, sondern auch das volle Potenzial. Mit dem Grupp Electro Retrofit bringen wir die Software und Hardware auf den neuesten Stand. Eine schnelle und kostengünstige Alternative zur Neumaschine. Möchten Sie sich nicht mit abgekündigten Ersatztentrum schlagen? Durch unsere Steuerungshochrüstung bleiben Ihre Ersatzverlieferungen weiterhin prall gefüllt. Sicherheitslücken in Ihrer IT lassen Sie vermeiden, indem Ihr veraltete PCUs gegen neue EPCs mit Windows 10 austauschen und neue Serverpakete integrieren. Wir als Hersteller bieten Ihnen jahrelange Erfahrung und Know-how. Hier sehen Sie unsere Fachexperten bei der virtuellen Inbetriebnahme an einem 3D-Modell. Die Nutzung digitaler Zwillinge ermöglicht die Entkoppelung von Software und Maschine. Dadurch verkürzt sich Ihre Maschinenstillstandszeit um bis zu 50% im Vergleich zu klassischen Inbetriebnahmen vor Ort. Uns liegt es sehr am Herzen, dass wir mit Ihnen gemeinsam die beste Lösung finden. Egal ob IT-Sicherheit, Bedienung, Steuerungshochrüstung, Post- und Zusatzsysteme oder Komplettlösungen. Wir beraten Sie gerne persönlich zu unseren Retrofit-Optionen. Kommen Sie auf unsere Experten zu. Die Innovation, die Sie benötigen, auf den Maschinen, denen Sie vertrauen.